hier ist eine coole stelle so jetzt habe ich genug dort geholt und jetzt muss ich nur noch eine borgform so jetzt noch ein bisschen die wände sieht doch gut aus naja ist zwar nicht richtige ist zwar keine richtige sandburg aber egal etwas fehlt noch dieses gut jetzt sieht sie sehr gut aus ich bin sehr stolz auf mich so ich bin jetzt extra an den strand gekommen um muscheln zu sammeln mal gucken ob ich paar finde aha hier habe ich ja schon mal eine aber ich brauche eine schönere die ist echt schön diese rosa farbige ja die nehme ich auf jeden fall mit die sieht auch sehr schön aus die ist auch rosa mal gucken was ich noch nehmen kann oder diese leicht gelbfarbige wege muscheln die sieht auch super aus ja die mich auch mit wie cool ich freue mich so jedes mal wenn ich an den strand fahre sehe ich hier wunderschöne muscheln die muss ich gleich in meinem regal räumen heute ist badetag der söhne ich jetzt ins wasser so mal gucken ja sieht schon gut aus oh gott es ist echt sehr sehr kalt aber egal es funktioniert wenn man einmal drin ist dann ist es am ende nicht mehr so kalt war naja gut es ist immer noch wirklich sehr kalt aber ich glaube ich schwimm noch ein paar minuten dann gehe ich wieder raus 30 minuten später es ist wirklich kalt ich sollte jetzt schnell wieder eine weg geholt so jetzt sind wir endlich am strand und was wolltest du machen wovon du mir erzählt hast ich würde erstmal sagen wir legen uns hier ein bisschen hin und danach können wir ein bisschen baden gehen ich glaube du hast etwas falsch verstanden ich gehe zuerst tauchen danach danach erspann ich mich aber es ist viel zu kalt du kannst doch jetzt nicht baden gehen natürlich kann ich das als wenn ich jetzt nicht baden gehen könnte aber ich war hier um tauchen zu gehen ich wollte mich ein paar fische suchen und oh mein gott ich habe einen fisch gesehen das muss ich unbedingt bläcki erzählen du glaubst es kaum ich habe einen fisch gesehen willst du jetzt auch mit tauchen gehen oder hier bloß dumm rumliegen du hast einen fisch gesehen ja klar möchte ich auch mit kommen hier jetzt bin ich mal endlich wieder am strand und ich kann ein paar tolle instagram fotos machen und ein paar videos youtube und tik tok jetzt muss ich nur noch darüber gut dann warte mal hier ist doch ein perfekter ort um ein instagram foto zu machen ja das denke ich so selfi gemacht ich werde bestimmt viele likes und aufrufe bekommen und jetzt hier noch mal das foto ja genau das sieht super aus aber um ehrlich zu sein ich habe keine lust ins wasser zu gehen aber muss ich ja wohl für die klicks und aufrufe natürlich aber nur ganz ganz kurz so schnell ein foto und jetzt und wieder raus ich kann diese ganzen pferde nicht verstehen die hier baden gehen ich möchte jetzt eingebuddelt werden genau hier ja ich lege mich jetzt einfach hier hin und okay ich fange jetzt einfach an ich will noch weiter eingebuddelt werden so ganz schwer weißt du ja okay ja so ungefähr okay so ja ich glaube das ist gut so dann gehe ich jetzt aber wie cool ist das denn zehn minuten später okay jetzt stehe ich langsam auf und das ist immer der beste moment jo leute das war's mit dem video ich hoffe natürlich dass es euch gefallen hat und schreibt mir unbedingt noch weitere an in die kommentare die ich dann verfilmen kann denn diese sind mir bis jetzt nur eingefallen und ich wollte mein video vom letzten jahr nicht nachahmen deswegen ja hoffe ich dass ihr noch andere arten finden kann die ich dann umsetzen kann das ist dann sozusagen euer ja wir sind dann beim nächsten video wieder tschüss